Hi, mein Name ist Jav Mariani von todayhead.com und heute möchte ich euch die Seite das Telefonbuch.de präsentieren. Jeder von euch kennt dieses Riesenteil, dieses Buch, der schon seit 1881 gedruckt wird. Muss man sich vorstellen, 1881. Und diese ganze Nummer, diese ganzen Daten sind aber schon längst online. Und diese Seite, jeder der schon mal was gesucht hat im Internet, also eine Telefonnummer, hat schon mal die Seite gesehen. Man kann auch rückwärts suchen, das heißt, wenn man die Telefonnummer hat, kann man auch den Namen suchen von der Person. Und seit kurzem oder neu ist jetzt, dass man viel mehr machen kann. Man kann sogar SMS, E-Mails schicken. Man kann die Telefonnummer auch direkt einfach anklicken und telefonieren. Also das sind wirklich viel mehr Möglichkeiten jetzt, die man auf jeden Fall ausprobieren soll. Und deswegen empfehle ich euch das Telefonbuch.de.